Ja Freunde, da bin ich schon wieder. Einige werden sich ja sagen, oh der ist schon wieder, der war da. Gestern hast du ein Video gemacht. Aber es hat einen Grund, warum wir heute schon wieder hier sind. Ich hatte ja erst vor ein paar Tagen den 400. Abonnenten gefeiert oder mich dafür bedankt, sagen wir es mal so. Und am heutigen Tage, also beziehungsweise nicht heute am Tag der Ausstrahlung, sondern am 31.8. feiert ein Abonnent von mir oder ich ein Abonnent von ihm, sagen wir es so, sein zweijährigen Kanalgeburtstag. Und zu diesem Zwecke machte er ein Danksagungsvideo. Es war ein bisschen länger wie meins gewesen. Er ist jetzt knapp bei 350 Abonnenten. Und in dem Video ist etwas ganz Bestimmtes passiert, wo ich mir gedacht habe, na meine Fresse, sowas siehst du nicht alle Tage. Da musst du doch eigentlich auch mal nochmal Danke zurück sagen, dass ein Mensch sowas für einen macht. Ich weiß, ich werde jetzt mit diesem Video wieder Abonnenten verlieren, weil die sich vernachlässigt fühlen oder weißt du gleich auch was. Es ist immer bis jetzt so gewesen, auch bei Kanalvorstellungen muss ich immer leider dazu sagen. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber ich mache das trotzdem. Weil ich finde, das gehört sich ganz einfach so. Oder ich möchte das tun. So. Und aus diesem Grund, ach ich muss noch dazu sagen, wer es gewesen ist. Und zwar war das der Rolly van Bender mit gleichnamigem Kanal. Das ist ein Gamer. Sagt er zumindest. Und wie gesagt, der macht ein Langsamungsvideo, wo was ganz Bestimmtes passiert ist. Ich werde euch da noch einen Ausschnitt davon zeigen. Und zwar wegen besagten, wo das passiert ist. Ich werde ihn erst mal mir und ihm ein Gläschen von diesem hervorragenden Südserum einschenken. Für den Rolly werde ich natürlich ein, zwei Eiswerfel reinmachen. So, Rolly, wenn du das jetzt siehst, du müsstest mal dein Bluetooth einschalten, damit ich dir dein Gedenk rüber schicken kann. Aber ich sage mal Prost! Auf das, was du getan hast. Ich habe das total gefeiert. Ich habe mir das heute so oft angesehen. Also so oft habe ich noch kein Video so oft in letzter Zeit gesehen. Auf dein Wohl, mein Freund. So. Und damit auch ihr wisst, wovon ich rede, werde ich euch jetzt ein Stückchen aus dem Video zeigen. Und dann sehen wir uns noch mal wieder, oder nicht? Werden wir sehen. Ich sage jetzt hier an der Stelle schon mal Tschüss. Ihr guckt in das Video rein. Ja Freunde, lasst uns mal zusammen reingucken. Das ist das besagte Video. Es fängt ganz harmlos an, sage ich jetzt mal. Und zwar, wie gesagt, er hat jetzt zwei Jahre seinen YouTube-Kanal auf den Tag genommen und möchte sich bei einigen seiner Abonnenten dafür bedanken. Und da zeigt er eben Ausschnitte aus Spielen, aus Games, die er in dieser Zeit gezockt hat und die Leute, die ihn auf diesem Weg dahin begleitet haben und welche Freunde er gefunden hat in dieser Zeit. Und das taucht dann immer am Bildschirmrand hier unten oder oben auf und unten stehen die Spiele, die er gespielt hat. So, wir sprühen mal ein Stück vor. So, jetzt haben wir jetzt zum Beispiel Fortnite. Jetzt zeigt er an, dass er fast 350 Abos hat. Gehen wir noch ein Stück weiter. Also es sind viele bekannte Sachen mit dabei. Star Wars Battlefront, Fortnite, Beyond. Und dann fängt er an, hier den Leuten Dank zu sagen. Mira und Gizmo oder Rabi. Und er zählt das alle auf. So, dann kam es irgendwann zu dem Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, na nun, besser kann es ja eigentlich nicht mehr werden. Und zwar sind es bei 35 und so. Guckt doch mal selber. Steht hier oben in der Ecke. Das ist das Entscheidende, was meinen Kanal betrifft. Und einen ganz großen Dank an Gartenharche. Bunt und in Farbe. Bunt und in Farbe. Also müssen wir gleich noch mal ein Stück zurückspulen. Müssen wir gleich noch mal angucken für die Zweifler. Also Leute, ich habe mich wie Bolle gefreut. Warum ausgerechnet ich da in so großen Lettern prange, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Das war dann das Einzige, was ich gemacht habe. Ich habe diesen Kanal abonniert und war jetzt ein paar Mal dort gewesen in Livestreams. Sag ich mal. Und ja. Weil es so schön war, gucken wir gleich noch. Also nochmal vielen Dank an Ronny. Ich fand es einfach nur eine mega Aktion und freue mich da richtig drüber. So, wer sich das Video zu Ende anschauen würde. Ich verlinke es oben in der Infobox mal in diesem Video. Und schreib es auch nochmal unten in die Videobeschreibung rein. Sein Kanal. Das Video zum Nachgeburtstag und den Kanal selber. Macht euch ein Bild. Und falls jemand aus meiner Community, kann ich ja nicht sagen, aber von meinen Abonnenten wirklich rüber gegangen ist und sich das Video angeschaut hat. Schreibt doch mal bei ihm in die Kommentare rein. Hashtag Garten Arche. Dann weiß ich. Und er weiß dann auch. Ah, okay. Es hat sich jemand von meinen Abonnenten getraut das mal anzugucken. Oder zumindest interessiert sich vielleicht auch dafür. Hoppla. Je nachdem. So. Das soll es bis dahin erst mal gewesen sein. Ihr müsst euch den Rest dann selber angucken, Leute. Ja, ich finde es nochmal. Wie ihr seht, es hat hingehauen mit der Übertragung. Es sind bloß auch die Eiswürfel da von seinem Drink. Ähm. Leute, ihr wisst gar nicht, wie das, oder sagen wir mal, viele Menschen wissen gar nicht, mit was man einem Menschen mit kleinen Gesten große Freude machen kann. Ich fand es sehr bewegend, muss ich sagen. Ich habe mich riesig gefreut. Und ich kann nur nochmal Danke sagen. Wollt ihr mal besser? Wir sehen, lesen, hören uns im Livestream. Bis denne. Harivideaci.